Traumdeutung Haifisch Und um herauszufinden, was das bedeutet, haben wir einige der wichtigsten Ereignisse und Interpretationen aufgeführt. Diese Art von Träumen ist im Allgemeinen mit negativen Dingen verbunden. Eine sehr weit gefasste Bedeutung für diejenigen, die von Haien geträumt haben, ein Bild des Tieres gesehen, dem Namen des Tieres gehört oder das Tier nur gesehen haben, ist, dass es Menschen in ihrem Leben gibt, die sie besiegen wollen. Im weniger wörtlichen Sinne bedeutet es, dass jemand in ihrem Zusammenleben eine Art von Bedrohung darstellt, aber mit Weisheit können sie diese Situation lösen. Wenn du von einem weißen Hai geträumt hast, ist es möglich, dass du sehr bald von einem Freund oder einer sehr nahestehenden Person enttäuscht sein wirst. Wenn sie im Traum einen Hai sehen, bedeutet das, dass sie sich in Bezug auf ungünstige Ereignisse in ihrem Leben sehr verletzlich fühlen. Aber denken sie daran, dass viele schwer zu lösende Probleme scheinbar unlösbar sind, aber oft mit Ausgeglichenheit, Konzentration und Ausdauer gelöst werden können. Der Hai-Traum kann sie nur darauf aufmerksam machen, dass sie es vermeiden, sich dem Kern des Problems um jeden Preis zu stellen, dass sie sehr zögerlich oder untätig davor stehen. Traum über Hai-Angriff Ein Traum über einen Hai-Angriff zeigt an, dass sie sich bewusst sein sollten, dass sie jeden Moment von einem Freund überrascht werden können, der sie verletzen könnte. Aber keine Panik, denken sie immer daran, dass Vorbeugung der beste Weg ist, um zu verhindern, dass schlimme Dinge in unserem Leben passieren. Andererseits zeigt der Traum von einem Hai, der sie angreift, auch an, dass sie Angst haben, dass jeden Moment etwas Schlimmes passieren könnte, oder dass sie unsicher sind, ob sie die falsche Entscheidung für ihre Zukunft treffen. Zum Beispiel, ob man einen Heiratsantrag annehmen soll oder nicht. Dieses Gefühl kann zu Panik führen, und sie sollten selbstbewusster werden und sich um Ruhe bemühen. Von einem Hai träumen, der eine andere Person angreift Bereits Träumen Hai greift eine andere Person zeigt, dass jemand, den wir schätzen, Konflikt mit einer anderen Person und was er oder sie braucht. Seien sie mit ihren Freunden, so können sie immer auf sie zählen. Das Schwimmen mit Hai im Traum ist auch eine Warnung, denn es bedeutet, dass man vorsichtig sein muss. Schalten sie auf Alarmstufe rot, damit sie nichts Schlimmes mehr überraschen kann. Wenn du im Traum kleine Haie oder Haifischbabys siehst, bedeutet das, dass du dieses Mal mehr auf die Details achten musst, die in deinem Leben passieren, denn sie deuten auf wichtige Veränderungen hin. Traum vom toten Hai Er symbolisiert die Überwindung eines großen Problems in deinem Leben. Und jetzt werden sie in ruhigeren Gewässern segeln. Es kann auch bedeuten, dass du eine Zeit großen Glücks- und positiver Ereignisse erlebst, die du optimal nutzen solltest. Die Menschen, die ihnen jetzt am nächsten stehen, sind die Menschen, auf die sie zählen können, um alle Probleme zu lösen, die auftauchen könnten. Wenn sie träumen, dass sie einen Hai töten, ist das ein positives Zeichen dafür, dass sie in der Lage sind, zu siegen und diejenigen zu überwinden, die ihnen schaden oder sie verletzen. Es ist ein Zeichen von Stärke, von der sie die Fähigkeit haben, Hindernisse zu überwinden. Suftheitraum zeigt an, dass sie in der Lage, die Schwierigkeiten und Überraschungen, die in der Interaktion mit anderen entstanden sind, zu kontrollieren sind. Einige Konflikte begannen, ihnen zu schaden und sie konnten ohne große Komplikationen mit jeder Person zu lösen. Träumen, dass ein Hai gefangen wird Zu träumen, dass ein Hai gefangen wird, ist ein Zeichen dafür, dass sich gute Gelegenheiten ergeben. Sehen sie ihren Traum von einer Schule von Haien in Gewässern mit ausgezeichneter Sicht, transparent, was darauf hindeutet, dass trotz der scheinbaren Ruhe und Glück in ihrem Leben in diesem Moment, gibt es etwas versteckt, die überwunden werden muss. Im Allgemeinen sind dies Gefühle wie Eifersucht oder Neid, die mit Gespräch und besonderer Aufmerksamkeit gelöst werden können. Der Traum von einem Hammerhai hat eine sehr ähnliche Bedeutung wie der Traum von anderen Haien. Er ist ein Omen, das anzeigt, dass etwas passieren wird, und zwar von jemandem, von dem sie es nicht erwarten. Passen sie auf, seien sie vorsichtig und alles wird gut werden. Träumen sie, dass sie einen Hai getötet haben. Das tote Tier symbolisiert in diesem Fall die Überwindung einer sehr wichtigen Herausforderung für dich. Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber du bist in eine neue Phase deines Lebens eingetreten, mit viel mehr Kraft und Selbstvertrauen. Es ist an der Zeit, ihre zunehmende Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden, zu nutzen und all ihren Problemen mit mehr Optimismus und Ausdauer zu begegnen. Von einem ruhigen Hai träumen Wenn sie von einem Hai träumen, der ruhig zu sein scheint und schwimmt, ohne andere Tiere oder Menschen zu gefährden, bedeutet das gute Gefühle. Der nicht-aggressive Hai steht für ihren Geisteszustand und ihre Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen. Wenn sie von einem friedlichen, langsam schwimmenden Hai träumen, kann das zunächst ein gutes Zeichen dafür sein, dass sie sich in einem ruhigen Moment in ihrem Leben befinden. Seien sie jedoch vorsichtig, dass sie sich nicht zu sehr entspannen und aufhören, auf mögliche Hindernisse zu achten, die unerwartet auftauchen können. Traum vom weißen Hai Der weiße Hai ist der größte Hai im Meer. In Träumen ist der weiße Hai am häufigsten anzutreffen. Wenn diese Kreatur im Traum erscheint, ist das ein Zeichen für eine unruhige Zeit, die in der Zukunft viel Aufregung bringen wird. Andererseits kann diese Art von Traum auch bedeuten, dass man sich vor etwas fürchten wird. Eine weitere Bedeutung, die dem weißen Hai zugeschrieben wird, ist, dass er in einer außergewöhnlichen Situation etwas nervös ist. Wenn sie zum Beispiel vor dem Schlafengehen nervös waren, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie einen solchen Traum haben. Wenn sie im Traum vom weißen Hai angegriffen werden, deutet das darauf hin, dass sie in letzter Zeit in Schwierigkeiten stecken und versuchen, einen Weg zu finden, diese zu überwinden. Traum vom Kampf mit einem Hai Von einem Hai zu träumen ist schon exzentrisch, aber wie wäre es, gegen einen Hai zu kämpfen? Dieser Traum steht im Zusammenhang mit ihrer persönlichen Macht und ihren Führungsqualitäten. Das Wasser steht für unsere Gefühle, und der Hai ist ein Symbol für Macht und Stärke. Daher ist er meist eine Warnung vor einem möglichen Konflikt mit sich selbst oder mit Dritten. Andererseits bedeutet Blut im Wasser in diesem Traum, dass jemand, der ihnen nahe steht, sie verletzen wird. Deshalb sollten sie im Umgang mit Freunden und Verwandten vorsichtig sein. Träumen Sie von einem Hai, der um sie herumkreist. Haie haben eine schlechte Sicht, deshalb umkreisen sie ihre Beute, bevor sie sie angreifen. Wenn sie im Traum einen Hai sehen, der sie umkreist, kann das ein Hinweis auf eine schwierige Situation in ihrem Leben sein. Eine andere Möglichkeit für diesen Traum ist, dass sie sich selbst in einem Hai-Käffig sehen. Es ist daher wahrscheinlich, dass dies mit dem beruflichen Bereich zusammenhängt. Oft kann diese Art von Traumschwierigkeiten beim Erreichen ihrer Ziele mit sich bringen. Wenn sie Hai sehen, die um sie und andere Menschen kreisen, bedeutet das auch, dass sie ein verborgenes Geheimnis lüften müssen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!